Wusstest du, dass normale Altersvorsorgeprodukte kaum Rendite bringen? Da müssten wir enorm viel anlegen, um am Ende auch genug herauszubekommen. Bei einer guten Rentenversicherung zum Beispiel, müssten wir bis Renteneintritt 200.000 Euro gespart haben, um nur 500 Euro im Monat an Rente rauszubekommen. Hast du hingegen 200.000 Euro in einem ETF-Portfolio, das zu Rentenbeginn auch 50% konservative Anlagen enthält, kannst du dir monatlich 900 Euro entnehmen, bis du 90 bist. Kommentiere ETF und wir schicken dir unseren kostenlosen Video-Workshop in dem wir dir zeigen, wie du mit ETFs Schritt für Schritt deine Altersvorsorge regelst.